Hallo, hier ist der Entenflüsterer. Die beiden Enten, die ihr da gerade gesehen habt, sind beide etwas ganz Besonderes. Sie ist letztes Jahr hier im Park geschlüpft und er ist eine sogenannte Mischente. Das heißt, die Eltern oder Großeltern waren einmal Wildenten und Hausenten, die sich gepaart haben. Ich habe euch hier noch ein paar Dinge, ein paar Accessoires mitgebracht, die euch vielleicht interessieren könnten. Hier zum Beispiel ist eine Pusteblume. Da fragt man sich, was haben bitte schön Pusteblumen mit Enten zu tun? Nun, das ist ganz einfach Enten fressen Pusteblumen. Und das ist auch viel besser als dieses ganze Brot, was die Leute immer massenweise in den Teig schmeißen. Das zweite Accessoire, was ich euch mitgebracht habe, ist diese Erpellocke. Wie ihr seht, ist diese Erpellocke sehr gekrümmt zu einem Kreis. Und wenn ich jetzt hier daran ziehe und sie begradige, springt sie sofort wieder in ihre Ursprungsformen zurück. Das ist ein ganz schönes Accessoire für Erpel. Sie sitzt hinten und soll also die Weibchen praktisch beeindrucken. Ja, das sind jetzt ein paar kleine Sachinfos. Aber ich habe natürlich ganz viele herzerwärmende Dinge erlebt in diesen 15 Jahren, wo ich Wildenten beobachtet habe. Eine Ente lebte ja sogar acht Jahre. Die habe ich wirklich acht Jahre lang beobachtet. Und das habe ich jetzt alles mal verschriftlicht und in einem Buch zusammengefasst. Und das ist jetzt erschienen. Das heißt, Ente Kompetente ist vom Mariposa Verlag herausgegeben worden. Und in diesem Buch schildere ich diese ganzen, die wichtigsten, schönsten Erfahrungen, die ich also in diesen 15 Jahren gesammelt habe. Hier gibt es ein Foto. Es gibt also viele Farbfotos vor allem noch in diesem Buch. Das ist Radieschen, ein Radieschen auf meiner Hand. Und es gibt noch ein anderes Foto, was ich sehr gerne zeigen würde wollen. Hier, das ist Ente Maus. Ente Maus hat zum Beispiel sieben Jahre lang gelebt und hatte auch sehr viele Küken aufgezogen. Und nun, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Buch kaufen und lesen würdet. Es ist ja nicht nur so, dass diese Geschichten unter die Leute gebracht werden wollen, sondern es geht ja auch darum, dass gewisse Missverständnisse, wie zum Beispiel mit dem Füttern mal aufgeräumt werden. Dass man einen anderen Blickwinkel bekommt und den Enten einfach mal etwas artgerechter begegnet. Ente Kompetente hat 154 Seiten, kostet 14 Euro, Farbfotos, und ist vom Mariposa Verlag herausgegeben worden. Ich würde mich freuen, wenn ihr Bekanntschaften mit dem Buch macht und es weitererzählt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und ein Happy End.